Es ist eine seltsame Entwicklung in unserem Land, wenn die breite Mehrheit der Bevölkerung laufend mit erhobenem Zeigefinger ermahnt wird, während Einzelne tun und lassen können, was sie wollen. Es ist eine seltsame Entwicklung, wenn genau jener Ablenkungskampf um Begrifflichkeiten, von dem gestern auf großer Bühne die Rede war, auf eben dieser Bühne selbstüberfüllend fortgesetzt wird, teilte Johanna Mikl-Leitner in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Seit Wochen wird von manchen Kreisen das Wort normal durchgekaut und in seine Einzelteile zerlegt, um zwischen den Buchstaben auch nur irgendwelche bösen Geister zu finden. So Johanna Mikl-Leitner. Von eben diesen Kreisen werde vermieden, darüber zu reden, warum es wirklich geht. Beispielsweise, dass sich die EU wieder auf ihre Stärken besinnen soll. Wenn ich sage, Klimakleber schaden den Klimaschutz, weil sie die Menschen nicht für das wichtige Anliegen begeistern, sondern verärgern, dann bin ich keine Klimaleugnerin, sondern gegen diesen radikalen falschen Aktivismus. So die Landeshauptfrau. Es müsste etwa darüber geredet werden, wie sich Menschen noch Eigentum schaffen können und nicht darüber, wie wir es ihnen wegnehmen können und wie wir einen sozialen Ausgleich schaffen können. Van der Bellen hatte am vergangenen Mittwoch in Bregenz den Ablenkungskampf um Begrifflichkeiten und Deutungshoheit sowie Populismus scharf kritisiert. Der Bundespräsident hatte auch ohne Nennung der Parteien nicht nur auf die Auseinandersetzung zwischen den Regierungsparteien im Bund, ÖVP und die Grünen angespielt, sondern auch auf das Volk von der FPÖ für sich reklamiert und unsere Leute zuletzt im Fokus der SPÖ genannt.